Worum geht es heute? Es geht heute um das Thema Ishinga 2, die Migration von Nagios bzw. Ishinga 1X. Auf das neue Monitoring-Tool, mein Name ist Christian Stein, kurze Stellung noch, bin bei Netways im Vertrieb tätig. Das heißt, ich kümmere mich sowohl um unsere Neukunden als auch um unsere Bestandkunden und unterstütze hier auch im Pre-Sales sehr aktiv. Und der Kollege, das freut mich besonders, der mich hier heute unterstützt, aus technischer Hinsicht, ist der Michael. Vielleicht kannst du auch noch ein paar Worte zu dir sagen. Ja, ich bin seit 2012 bei Netways, seit 2009 beim Ishinga Team. Ich bin Application Developer, darf hier Ishinga 2 entwickeln. Und diesem Thema werden wir sich jetzt in der nächsten halben Stunde widmen. Okay, wunderbar. Dann vielen Dank. Ganz kurz eine Agenda haben wir natürlich auch vorbereitet. Das heißt, worum geht es heute? Natürlich einerseits, mal ganz kurz, Netways vorstellen, wie wir sind, was wir machen für die, die uns noch nicht kennen. Dann aber natürlich der Hauptschwerpunkt, was ist Ishinga 2? Mal ein kurzer Summary. Das heißt, was ist Ishinga 2 eigentlich? Was sind die Unterschiede zu Nagios bzw. Ishinga 1X? Dann eben das Thema mit der Migration, wo auch heute ja der Fokus dann drauf liegt. Und der Michi hat auch da eine Demo, sprich ein System, wo man auch ein bisschen was zeigen kann, wie das dann funktioniert. Und am Ende natürlich noch mal ganz kurz eine Auflistung für künftige Webinare und eine Zusammenfassung. Netways, die Vorstellung würde ich ganz schnell eigentlich durchgehen. Wir sind ein Open Source Unternehmen, das seit 1995 auf dem Markt ist, mit aktuell 40 Mitarbeitern am Standort Nürnberg. Haben uns hier auf die Themen Open Source Data Center Solutions eigentlich spezialisiert. Das heißt, wir versuchen in dem Zusammenhang das gesamte Rechenzentrum eigentlich mit Open Source Technologien abzubilden. Das heißt, hier haben wir dann Ishinga für das Monitoring, Puppet für das Config Management, Open Nebula für Virtualisierung, Logstash für Logs Management, Barreos für das Backup etc. Haben hier aber natürlich noch weitere Technologien, die man natürlich einsetzt, sei es jetzt Datenbanken, Cluster Technologien, Dashing Tools, also für Dashboards etc. Sind selbst auch sehr stark angestellt, Konferenzen zu organisieren. Das heißt, hier haben wir jetzt neu dazu die Open Source Backup Konferenz, wo es eben rund um das Open Source Backup geht. Dann das Puppet Camp, was wir zusammen mit Puppet Labs organisieren, wo es eben um das Configuration Management geht. Dann ganz klar die Open Source Monitoring Konferenz rund um das Thema Open Source Monitoring. Und dann im Dezember noch die Open Nebula Konferenz, wo es eben rund um das Thema Cloud Virtualisierung geht. Und hier geht es generell bei diesen Konferenzen um diesen internationalen Austausch. Was machen andere Unternehmen und wie kann man eben so Best Practices für sich einfach noch mitnehmen. Wir sind, aber wer uns kennt, weiß, dass wir auch sehr stark in der Community aktiv sind. Das heißt, in der Regel ist alles, was wir in Zusammenarbeit mit Kunden entwickeln, wird als Open Source wieder zur Verfügung gestellt. Das heißt, hier haben wir unser Add-ons bzw. Plug-in-Portal auf Netways.org. Wir sind im Singer-Team sehr stark engagiert und generell, wenn man auf Open Source Monitoring Foren sich rumtreibt, kann es auch mal passieren, dass ein Mitarbeiter von Netways, oftmals der Herr Friedrich neben mir, sehr aktiv hier, sage ich mal, Rede und Antwort steht, wenn Fragen sind. Wir organisieren natürlich auch Schulungen in dem Zusammenhang. Das heißt, unser Ziel ist wirklich sowohl in unseren Projekten, die wir mit Kunden machen, als auch dann eben in den Trainings, dass man wirklich versteht, wie funktioniert das Tool, was hat man davon bzw. was gibt es für Tipps und Tricks noch, die man mit hernehmen kann, um natürlich ein Best Practice dann zu haben bzw. auch selber das System betreuen zu können. Das heißt, hier haben wir, das ist wirklich unser Fokus in dem Bereich, haben natürlich auch sehr viele Kunden. Ich denke mal, hier auf dieser Liste wird man die meisten dann doch kennen, was jetzt so der Consulting-Auszug ist, den wir machen. Haben aber auch zwei Rechenzentrumsstandorte, wo wir auch für Kunden ganze Umgebungen dann hosten und die betreuen. Das heißt, gerade zum Beispiel Start-up-Unternehmen können sich dann auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Und hier nochmal ganz kurz vom Konzept bis hin zur Umsetzung, Schulung, Entwicklung, Support, Konferenzen etc. unterstützen wir hier vollumfänglich. Das heißt, da sind wir wirklich sehr flexibel. So, kommen wir auf das eigentliche Thema heute zu sprechen, Isinga 2. Mal grundsätzlich ein paar allgemeine Infos zu Isinga 2. Es ist letzte Woche der Isinga 2.1.0 oder die 2.1.0 released worden. Das heißt, sind hier noch einige Bugfixes und Verbesserungen mit eingeflossen, damit das System noch besser läuft, als es sowieso schon zum Release lief. Es ist, wie sein Vorgänger, auch ein reiner Linux-Server-Demon. Das heißt, es läuft nur auf einem Linux-Betriebssystem, aber hier auf allen gängigen Distributionen. Das heißt, es ist egal, ob das ein Slash ist, ob es ein Rel ist, ob das ein Debian ist, was auch immer. Pakete werden in der Regel auch zeitnah vom Isinga-Team selbst dann zur Verfügung gestellt, die eben das Ganze dann vereinfachen von der Installation her. Von der Architektur gibt es hier beispielsweise von der Datenbank-Unterstützungsseite unterstützt Isinga 2 aktuell MySQL und PostgreSQL-Datenbanken. Das heißt, hier auch wirklich das Gängigste. Und hier sieht man schon an dem Schaubild hier unten, ich zeige es mal ganz kurz, man hat bei Isinga 2 schon mal den Vorteil, dass es rein Feature-basiert ist. Das heißt, ich habe mein Cluster-Feature, ich habe mein Path-Data-Feature, mein Notification-Feature, Checker, Interfaces etc. Und kann hier wirklich sehr fein steuern, was mein Isinga 2 Core eigentlich aktiv tut. Das heißt, wenn ich nur will, dass er Text ausführt, deaktiviere ich alle anderen Features, was es mir natürlich dann noch ein Stück weit ein Performance-Boost vielleicht bringt, je nachdem wie groß die Umgebungen dann auch sind. Und was bei Isinga 2 auch sehr schön ist, es werden alle gängigen Web-Frontends unterstützt. Das heißt, sowohl das jetzige Isinga Classic als auch das Isinga Web mit der IDO-Datenbank und künftig, wenn es dann im Laufe des Jahres released wird, auch Isinga Web 2. Das heißt, das hatte ich schon mal erwähnt hier, dass es vollständig Feature-basiert ist. Hier nochmal die Auflistung. Was ein neues Feature ist mit Isinga 2, ist der Support von Live-Status. Das heißt, ich habe hier wirklich eine Live-Status-Schnittstelle, wo ich mir direkt die Daten dann live rausziehen kann, wie der Status ist. Ich habe auch eine direkte Anbindung an die Grafhing-Lösung Graphite. Das heißt, ich spare mir dadurch, dass ich Performance-Daten auf die Festplatte schreibe und die dann irgendwo an den TCP-Socket von Graphite schicke. Das kann Isinga 2 out of the box, ohne da Daten auf die Festplatte auslagern zu müssen. Ich kann es sehr einfach skalieren über zusätzliche Nodes. Das heißt, wenn ich mehrere Isinga 2 Instanzen in, wie sich das bei Isinga 2 nennt, einer Zone habe, dann loadbalancen die sich untereinander. Das heißt, aus 10.000 Checks bei zwei Instanzen wird jede Instanz 5.000 Checks ausführen und sich untereinander stetig austauschen mit den jeweiligen Checkergebnissen, damit die synchron sind. Und das erfolgt dann natürlich, wie es in der heutigen IT-Welt üblich ist, IT-Sicherheitsüblich mit SSL-Verschlüsselung. Und für die, die natürlich diese Frage dann haben, ja, alle Check-Plugins, die es aktuell bei Isinga gibt, sind zu 100 Prozent mit Isinga 2 auch kompatibel. Was in Isinga 2 neu ist und was auch ein, ja, ich sag mal, das Highlight eigentlich ist, ist das Thema Clustering. Bei Isinga 1 beziehungsweise bei Nagios musste man sich einen Cluster mit Heartbeat und Pacemaker und weiß der Teufel was bauen. Bei Isinga 2 funktioniert das out of the box. Das heißt, das sieht man hier unten in dem Beispiel sehr schön. Ich habe beispielsweise einen aktiven Isinga 2 Knoten, der mir die Daten in die Datenbank schreibt. Und alle anderen Instanzen können beispielsweise Checker Instanzen noch sein, die letztlich aktiv die Checks ausführen, sich untereinander synchronisieren. Eine Instanz schreibt die Daten dann in die Datenbank rein. Das heißt, ich habe hier wirklich die Möglichkeit, auch mit hier die, ja, meine Umgebung hoch zu machen und natürlich dann auch, ja, noch weiter aufzuteilen. Das heißt, das klassische Modell, was man aktuell hat mit Satelliten zum Beispiel, kann man auch noch mit Isinga 2 bauen. Das heißt, ich habe eine Master Instanz, da stellt man sich jetzt zum Beispiel das vor, was wir gerade aus der vorherigen Folie gesehen haben und habe jeweils hier eigene Zonen noch, wo ich dann eigene Isinga 2 Instanzen habe, die untereinander völlig autark sind. Das heißt, die Zonen sehen sich untereinander nicht, die wissen voneinander nichts und ich kann hierüber dann den jeweiligen lokalen Admins dann auch ein Webfrontend dann noch geben, beziehungsweise eine Datenbank Schnittstelle auch für beispielsweise ein SLR Reporting dann, dass die das lokal über sich durchführen können. Und die Checkergebnisse werden dann natürlich auch wieder SSL verschlüsselt an den Master übertragen, damit man eine ganzheitliche Sicht von dem Monitoring dann hat. Und was hier auch noch dann sehr schön ist, dass mit Isinga 2 auch die Konfiguration automatisch synchronisiert werden kann. Das heißt, ich konfiguriere mir in dieser Master Instanz, welche Zone, welche Konfiguration kriegt und dann wird das automatisch synchronisiert. Unterschiede zu Isinga 1X und Nagius, da würde ich jetzt an den Kollegen, den Michi, übergeben. Vielleicht noch wichtig vorneweg, wenn Fragen sind von den Teilnehmern, bitte einfach die in den Chat schreiben und die werden wir dann zwischendurch beantworten, beziehungsweise am Ende dann, je nachdem wie der Michi gerade am zeigen ist. Dann Michi, wenn du starten möchtest. Wir haben jetzt gehört, was Isinga 2 ausmacht. Was die Unterschiede sind teilweise, was der Cluster, was wirklich tatsächlich neu ist. Mein Kollege hat schon erwähnt, es gibt Pakete. Das heißt, dieses ewige von den Surfen kompilieren und sich beim Upgrade in den Kopf schießen, das soll eigentlich nicht mehr passieren. Das heißt, es werden vom Isinga Projekt Pakete angeboten. Ist durchaus eine Neuerung, weil auch die Dokumentation dadurch kürzer wird, wenn man einfach, ja, mein Install Isinga 2 macht und es funktioniert dann halt einfach. Im Zuge dessen gibt es auch Vagrant Boxen. Das sind im Prinzip virtuelle Maschinen, die ich dann auch nachher für die Demo verwende. Da kann sich das im Prinzip, dass jeder das Gezeigte dann auch noch zu Hause intravenös Hirn schießen. Im Endeffekt, was tatsächlich wirklich schön und neu ist, wo ich auch später dann noch genauer im Detail eingehen werde, ist die dynamische Konfigurationssprache. Wo wir im Endeffekt mit Apply und Design dynamisch Objekte erzeugen können. Das heißt, im Endeffekt kann ich nicht mehr so wie früher statisch mit Service-to-Host-Relationen Objekte sozusagen zuweisen, sondern ich kann sie auch dynamisch der Laufzeit dann entsprechend erstellen. Das heißt, ich sage, okay, meine Regel definiere ich auf bestimmten Attributen eines Hosts und dieser Host bekommt jetzt ein Standard-Set vom Service-Ping, Check, Load, was auch immer. Das ist ja gar nicht das gängigste Beispiel. Es gibt auch weiterhin eine Neuerung bei den Notifizierungen. Das heißt, es gibt jetzt Notifizierungsobjekte. Das heißt, es gibt nicht mehr diese starre Struktur zwischen Host und Service, sondern Konten bzw. Kontakts, sondern man hat jetzt im Prinzip eine Notifizierung für einen bestimmten Typ, appliziert dann über eine bestimmte Regel dann auf einen Host oder Service, definiert das Notification-Command, definiert die Benutzergruppen, die notifiziert werden, was auch immer und kann das dann entsprechend genauso über Apply- und Design-Regeln abbilden. Ähnliches kann man mit den Dependencies machen, die auch deutlich einfacher sind als Nagels oder Isinger 1. Also ein bisschen, wenn man sich ein bisschen den Kopf darüber zerbrochen, was eigentlich tatsächlich schlecht ist oder nicht wirklich gut funktioniert. Und durch diese Apply-Regeln wird halt durchaus einiges leichter gemacht, sagen wir es einmal so. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, auf den ich dann auch noch eingehen werde, sind konditionale Check-Command-Argumente. Also das ist $1 bis $1 irgendwas gibt es in dieser Form. Da kann ich Default-Werte setzen, die kann ich überschreiben, die kann ich in den Apply-Regeln setzen. Also da gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie man ein Check-Command für verschiedene Ausführungsmöglichkeiten dann definieren kann. Im Endeffekt, was auch noch neu ist, die Singer-Template-Library und die Plugin-Check-Commands, da geht es im Wesentlichen dann darum, dass A, Monitoring-Plugins, wie es jetzt heißen, auf Debian-Konfiguration mit ausliefern, in den Debian-Packages, liefern wir sozusagen, oder liefert diese Singer zwei Projekte sozusagen direkt Konfiguration für die Plugin-Check-Commands mit und das wird dann entsprechend auch in der Dokumentation referenziert. Das kann man entsprechend verwenden und sagt, okay, ich möchte jetzt einfach den Ping oder den Load-Check oder was auch immer dann direkt verwenden können und muss man jetzt nicht wirklich Gedanken darüber machen, dass ich jetzt tatsächlich alles, was ich vormals händisch mühsam geschrieben habe, insofern auch migrieren muss. Das heißt, ich kann durchaus in der Migrationsphase dann schon mir einiges an Arbeit ersparen, wenn ich es generalisiere. Ja, Gesundheits-Checks und das übliche ist Singer-Stats und wie geht es meiner Instanz, funktioniert Embedded, das heißt, da gibt es halt ein Check-Command, was dann im Speicher ausgeführt wird und man kriegt nette Performance-Daten, die man dann in PNP, Graphite, was auch immer über Zeit dann grafen kann und analysieren kann. Das macht das Ganze sehr charmant, weil es halt nicht ein File von der Platte lesen ist, irgendwas parsen, irgendwo hinschreiben, sondern das funktioniert einfach nativ, ist ein kleines Config-Objekt. Das Live-Status-Protokoll hat mein Kollege schon erwähnt, also das ist wirklich ein riesengroßes Feature, es funktioniert mit NACWIS, mit NACWIS, keine Ahnung, was Live-Status dann noch verwendet, aber im Endeffekt, ja, zukünftig auch E-Singer Web 2 dann, wenn es einmal fertig ist, braucht man im Prinzip mehr als E-Singer 2 Enable Feature Live-Status nicht recht viel machen, out of the box. Das ist mit E-Singer 1 oder NACWIS dann tatsächlich so, dass man ja das Event-Boker-Modul kompilieren muss, installieren muss, konfigurieren, hoffen, dass alles geht. Umgebungsvariablen kann man mit E-Singer 2 ganz normal verwenden, weil das all das Thread-Safe ist, das ist auch ein Unterschied zu E-Singer 1 oder NACWIS, wo man das deaktivieren muss, damit es funktioniert, das ist eigentlich ein Kopfschuss, aber okay. Das wollten wir in E-Singer 2 unbedingt lösen, das Problem, und wir haben es auch getan. Das Cluster-Feature ersetzt Mode-Gamen, da mag jetzt vielleicht der eine oder andere sagen, warum es keinen Gamen-Connector gibt, oder irgendwas für Job-Cue, aber im Endeffekt ist das E-Singer 2-Class-Rotocoll so dynamisch mit Queues und Threading und Connections ausgelegt, dass man eigentlich diese Job-Cue de facto nicht braucht, sondern wir verwenden nativ das Cluster-Protokoll. Wir haben SSL-Zertifikate, wir haben da Verschlüsselung drinnen, das funktioniert alles, das macht dann Handshake, und wenn ich alles richtig konfiguriere, dann funktioniert das auch, und das läuft und läuft, und ich habe dann auch keine externe Idee, die wieder überwachen muss, mit Gamen-Top oder sonstigen Konsorten, wo ich mir dann vielleicht noch Gedanken drüber machen muss, warum jetzt irgendein Job-Cue nicht funktioniert. Sondern das ist de facto nativ unterstützt, und das kann jeder installieren und jeder ausprobieren. Ja, Recurring Downtimes ist, glaube ich, nur so ein markantes, öfters wieder mal vorkommt, wo man sagt, okay, in E-Singer 1 geht das halt einfach nicht, oder in Nagios, sondern da gibt es halt irgendeinen externen Grundjob mit Curl-Scrips, Scheduler, was auch immer. Das funktioniert in E-Singer 2 so, das konfiguriere ich ähnlich wie eine Time-Period. Ich gebe einem einen Zeit-Range quasi an und sage dann in diesem Intervall bitte die Downtime dann entsprechend neu setzen. Gängige Praxis, wo man sagt, naja, warum ist jetzt der Check-Output auf, keine Ahnung, 8 Kilobyte oder 16 Kilobyte wird statisch limitiert, meine Performance-Daten werden abgeschnitten, in die Command-Pack kann ich nur, ich glaube, da Defaults sind 8000 Slots, so das irgendwie reinschieben, das sind halt alles Limitierungen, die es in E-Singer 2 in der Form eigentlich nicht mehr gibt, beziehungsweise gibt es de facto nicht mehr. Ich kann da jetzt de facto Command-Pack reinpumpen, und der wird es in der Q reinschmeißen und das entsprechend verarbeiten, und dann funktioniert es halt einfach. Bezüglich Kompatibilität, hat mein Kollege schon gesagt, die Plugins sind 100% kompatibel, im Wesentlichen sind sie ja nur, die anhand von der Plugin-AP ausgeführt werden auf der Shell und dann entsprechend was retourliefern. Was man natürlich neu machen muss, zu einem gewissen Teil, sind die Check-Command-Konfigurationen, also die teilweise mitgelieferten, teilweise neu zuerstellenden. Was die Konfiguration an sich betrifft, ist es ein neues Format, das heißt, da kann man nicht einfach die alte Nagels-Singer- und Nagels-Konfiguration dann rüber kopieren und dann schauen, dass es funktioniert. Es gibt zwar ein Migrations-Skript, und es gibt da einen L-Kon von einem kompatiblen Migrationsexport, aber die verwenden de facto nicht die neuen Apply-Regeln, die verwenden gewisse magische Tricks, wo dann halt aus den Host-Kontakten Notifizierungen für Hosts rausfallen. In der Praxis hat sich halt einfach gezeigt, dass man dann 10.000 Notifizierungsobjekte hat, die man eigentlich mit 5 verschiedenen Notifizierungs-Apply-Regeln besser erschlagen kann. Deswegen ist einfach die Empfehlung, auch um E-Singer 2 dann tatsächlich zu verstehen, dass man die neue Konfigurationssprache einfach lernt, dass man sich mit den momentanen Mitteln wie Syntax-Highlighting oder in E-Singer gibt es das Objekt-Tool, das werde ich nachher noch kurz zeigen, wo man sich de facto dann die Objekte anschauen kann, beziehungsweise auch tatsächlich mitbekommt, wo die Attribute hervererbt worden sind, beziehungsweise wo sie überschrieben worden sind, beziehungsweise wo sie original herkommen. Und man kann im Endeffekt genauso oder ähnlich, wie in den Signalen, so danach ist auf der Shell, das ganze Ding konfigurieren. Ich kann es aber natürlich generieren, mit Puppet rausgenerieren, mit Ansible, mit Sold, mit Chef, mit, keine Ahnung, irgendeiner CMDB, die hat aus einem Excel-File irgendwelche bunten Daten generiert. Aber im Endeffekt sollte man sich natürlich die Dokumentation auch entsprechend anschauen und erlernen, wie man das dann entsprechend best practice dann migriert. Da zeige ich nachher ein paar Beispiele, aber natürlich gibt es im Projekt selber auch eine ausführliche Dokumentation zu dem Thema. Bezüglich der ganzen Add-ons, man kann das eigentlich 1.2.1 weiterverwenden. Man muss entsprechend natürlich schauen, dass die IDO-Version der Version 1.1.7 entspricht. Das ist die aktuellste, die für die 2.1.0 verwendet wird. Bei Livestart, das ist es so, mit dem Unix-Socket muss man den Pfad entsprechend neu angeben, aber wenn man zum Beispiel Betrag installiert oder ist in der Web 2 dann irgendwann, definiert man den Pfad zu dem Live-Status Unix-Socket. Man könnte es auch TCP verwenden, also nativ, ohne X, in, in, d, vorwort, irgendwas Ding. Man kann die Status-Start-Objects rausgeben, wenn man das möchte, für die Classy-UI, für irgendwelche anderen Parser, was auch immer dann. die Performance-Daten ist im Endeffekt so, man sagt den PNP oder InGraph oder auch Graphics, Graphite, wie auch immer, wo die neuen Performance-Daten dann liegen und der NPCD zum Beispiel klappt sich das entsprechend dann raus und die Migration ist dann eigentlich auch keine die externe Kommune ganz normal, unterschiedlicher Fahrt, muss man zum Beispiel in der Isinger Web XML-Konfiguration anpassen und dann den Cache leeren, aber das ist in der Dokumentation auch entsprechend beschrieben, funktioniert genauso wie gewohnt, außer der Limitierung auf die Slots, die gibt es ja de facto nicht mehr und wer jetzt sozusagen eine Schritt-für-Schritt-Migration plant und zum Beispiel diesen Check-Results-Bool-File wieder in Betrieb hat, der zum Beispiel beim Elf von SlaveSync zum Einsatz kommt, da gibt es dieses Feature, was man auch aktivieren kann und der liest dann einfach diese kleinen Files von der Platte, das heißt ich kann halt meinen Master, der vielleicht mit den Check-Results-Netzern zurechtkommt, einfach einmal austauschen und dann sukzessive meine Satelliten auf das neue Cluster-Protokoll umstelle, zum Beispiel, wenn ich sozusagen in der Migration einen kompletten Neuansatz mit paralleler Umgebung fahren kann, sondern einfach sukzessive meine Instanzen dann migrieren möchte. Ja, prinzipiell, was die Migration betrifft, ich würde prinzipiell empfehlen, dass man eine Inventur macht, was tatsächlich konfiguriert ist, was vielleicht an Altlasten drinnen ist, was die letzten fünf Jahre wahrscheinlich immer wieder aufgeschoben worden ist und trotzdem irgendwie nicht schön gebaut worden ist, dass man sich zumindest an den Überblick verschafft und sagt, okay, es ist alles schön dokumentiert, aber wie kann ich anhand von von der von der Bestehung dann sozusagen darauf hinkommen und sagen, okay, wie möchte ich dann in Zukunft meine E-Singer-2-Konfiguration bauen? Also es ist de facto wirklich so, dass man sagt, okay, es wäre eine Möglichkeit jetzt mal nach vielen Jahren die Konfiguration einfach einmal neu zu bauen. Da gibt es natürlich das Problem beziehungsweise die Fragestellung, wie wird die Konfiguration erstellt? Das heißt, entweder ich editiere sie auf der Shell, ich generiere sie mit irgendwelchen Tools, ich habe es aus einer CMTP rausgeneriert und Nagel-SQL wie, beziehungsweise wie möchte ich das auch in Zukunft dann machen? Man baut das magisch um, also man verwendet das Migrations-Skript oder einen Export oder man baut entsprechend die Export-Möglichkeiten um und sagt, okay, ich kenne die alten Isinger-1-Objekte oder Nagel-Objekte und ich modelliere dann das ähnlich für meine Tools die ich mir selber geschrieben habe was durchaus Kopfschmerzen bereiten kann aber man kann es anschauen also im Endeffekt man kann sich den Elkons-Code anschauen man kann sich das Migrations-Skript anschauen wie es gebaut wird man kann in der Community fragen man kann uns fragen wie man es macht also de facto es ist eine Änderung die man aber vielleicht gerne eingeht und dementsprechend sollte man es eigentlich neu bauen das heißt anhand dieser neuen schönen Apply- und Design-Regeln mit diversen anderen Featuren Custom-Attributen Check-Command Plug-In-Commands also mit den konventionellen Argumenten man sollte es einfach einmal überlegen und dann entsprechend am besten neu bauen zumindest die Konfiguration man kann die Singer 1 und die Singer 2 parallel auf einer Instanz installieren das heißt die schenken sich nichts oder die geben sich nichts solange man die Pfade entsprechend parallel hält also zum Beispiel ETC Singer und ETC Singer 2 aber die Empfehlung ist durchaus dass man sich einfach einmal TestVM oder Wequenbox einfach installiert und dort die Migrationsmöglichkeiten dann auch entsprechend durchspielt ja von der Best Practice her einige Punkte die man vielleicht im Hinterkopf behalten sollte die man sich überlegen sollte die die Standard Dinge die passieren sind in Singer 1 oder Nagel ist eigentlich immer die dass man Services auf Host-Gruppen drauf klebt und dann Hosts in diese Gruppen hinein tut und die dann automatisch sozusagen die Service-Relation erben das kann man in Singer 2 mit den Apply-Regeln auf Gruppenbasis sehr leicht nachbilden also das ist eine relativ 1-zu-1 Migration außer dass sich das Konfigurationsformat natürlich ändert die Notifizierungsregeln sollte man sich wirklich anhand von der bestehenden Kontakte und Typen extrahieren also bei Typen mit Typ ist gemeint das Notification-Command was in den Kontakten definiert ist weil es ja normalerweise eigentlich so ist dass man dann einen User für SMS hat einen User für E-Mail einen User für Login dass man das entsprechend generalisiert und sich daraus dann Notifizierungsregeln baut die Abhängigkeiten gibt es ja quasi klassisch in Singer 1 oder Nagel nur Host-to-Host oder Service-to-Service das kann ich in Singer 2 mit Host-to-Service oder Service-to-Host auch abbilden das heißt ich sollte mir da Gedanken machen ob ich da entsprechende Workarounds die ich vielleicht einmal implementiert habe vielleicht in Singer 2 dann einfach einfacher oder besser zu definieren das heißt ich habe zum Beispiel von einem Router einen Uplink-Port als Service und möchte einen Service nicht einen Service einen Host zu einem Uplink-Service quasi abhängig machen das kann ich mir die Singer 2 einfach machen in die Singer 1 oder Nagel würde dann Dummy-Hosting vor einführen also da gibt es diverse Dinge die man sich einfach im Hinterkopf behalten sollte ja und die Commands und Argumente muss man de facto neu erfinden also man muss sich entweder sozusagen alles eins zu eins rüber migrieren an den Check-Command-Objekten oder ich überlege meine Strategie wie ich ein Check-Command-Bau mit konditionalen Argumenten und ja im Endeffekt habe ich dann nur ein Check-Command-Objekt und muss natürlich absolut mehr Zeit investieren um das Ganze entsprechend schön zu bauen aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen es lohnt sich das ist jetzt ein bisschen trocken aber ich habe mir einige Beispiele herausgesucht die sozusagen jetzt das Ganze ein bisschen illustrieren bevor wir dann auch in die Live-Demo reingehen bezüglich der Templates man kennt es aus Nagios oder Singer 1 dieses Register 0 und Name und vielleicht dann doch wieder Hostname da gibt es einige Ausnahmen im Code selber drinnen von Nagios und die Singer wo sich jeder der Spezifikation schreibt normalerweise in den Kopf schießt weil das eigentlich nicht spezifiziert ist aber im Endeffekt von der Vorgehensweise her sucht man sich den Namen raus schaut nach was ist Register 0 das definiert dann sozusagen das Template wenn ich Singer 2 ist das Template Keyword das heißt ich habe im Endeffekt auf der auf der rechten Seite das Template Keyword sozusagen habe den Identifier direkt hier drinnen also im Endeffekt Name db-Server ist halt dann hier direkt das Name des Host Template Objekts analog dazu funktioniert das beim Service man kann das für alle Objekte machen also man könnte sich jetzt auch für eine Notification ein Template bauen oder für eine Dependency oder für das IDO für die IDO MySQL Connection das funktioniert auch also die Singer 2 ist vollständig Template basiert für alle Objekte die es gibt ob es dann Sinn macht oder nicht im Zuge der Migration ist eine andere Frage aber das darf dann jeder für sich selber entscheiden bezüglich der Gruppen an sich ist es so in die Singer 1 oder Nagels da habe ich absichtlich dieses für eine WTF verwendet auf der linken Seite weil es im Endeffekt so ist dass man die Member zwar schon über Regular Expressions beziehungsweise Wildcard Expressions zuweisen kann aber es ist halt sehr eingeschränkt das heißt ich kann da halt was zuweisen und Ausnahmen definieren aber es ist de facto so dass ich manchmal einfach Hostgruppen habe die nicht dem ganz entsprechen was ich dann haben möchte und dann muss ich wieder mit nested Hostgroups irgendwie arbeiten und das ganze stacked aufbauen und am Schluss habe ich dann so viele Hostgroups dass ich mir im Webinterface gar nicht mehr auskenn aber im Endeffekt soll es dann de facto so sein dass ich sagen kann okay das was ich jetzt in der alten Konfiguration drinnen stehen habe und vielleicht gerne hätte kann ich generalisieren und sagen okay in meiner Hostgroup Definition kann ich genauso mit diesen schönen Assign Where und Ignore Where Regeln die aus dem Apply quasi auch rauskommen kann ich diese Zuweisung definieren und die will aus alle alle Hosts mit dem Namen mysql am Anfang irgendwas am Ende irgends sollen quasi Member von dieser mysql Servergruppe sein dann möchte ich vielleicht noch alles haben die die Custom Variable prot mysql db definiert haben aber nur wenn ein bestimmter String drinnen vorkommt also db minus irgendwas wo ich sage okay und das Ganze natürlich auch mit Ausnahmen das heißt es ist ja nicht immer so dass man Hostgruppen irgendwo drinnen definiert hat und sagt okay alles was internal ist möchte ich nicht in der produktiven Hostgruppe drin haben und das kann ich entsprechend so definieren also in dem Fall sage ich dann alles was ein Test Server ist wo ich ein spezielles Attribut habe was ich vielleicht aus der CMTB heraus generiert habe das möchte ich ignorieren das habe in dem Beispiel zusätzlich eingefügt oder ja ist nur ein zusätzliches Beispiel aber im Endeffekt alles was dann internal heißt würde ich dann auch noch ignorieren wollen ist es jetzt in dem Beispiel auf der linken Seite nicht drinnen aber im Endeffekt würde dann alles was dann diesen Namen im String drinnen hat im Hostnamen ignorieren ich kann da jetzt nicht nur auf den Hostnamen gehen ich könnte natürlich auf andere Dinge auch hingehen das heißt wenn ich die Migration durchführe sollte ich mir vielleicht Gedanken machen ob es jetzt andere Attribute gibt die ich da vielleicht als Match oder als Regular Expression oder als direkten Vergleich sozusagen mit angeben möchte das heißt es muss jetzt nicht eine 1-2-1 Migration sein sondern ich kann mir wirklich auch Gedanken ich schreibe jetzt dort 20 Zeilen Assign Regeln und Ignore Regeln und im Endeffekt habe ich dann eine globale Gruppe für meine produktiven MySQL Server und kann da wirklich alles davon ausnehmen oder hinzunehmen tatsächlich möchte und kann vielleicht 15 andere Host-Gruppen die das Dummy agiert haben einfach wegschmeißen ja und im Endeffekt das ist eigentlich die Schwierigkeit einfach aus den alten eher statischen Konfigurationen dann vielleicht im Zuge der Migration schon direkt auch etwas Dynamisches zu machen dass man sagt man generalisiert das Ganze man schaut wo Muster vorhanden wo es einfach die Möglichkeiten gibt wie ich meine Konfiguration auch einfacher und lesbarer machen kann das heißt ich kann die Singer 2 Config auch in der Shell konfigurieren beziehungsweise beziehungsweise macht das auch zur Zeit so weil es halt einfach relativ kurz und lesbar ist durch diese Apply Regeln beziehungsweise durch dieses Group Assign in dem Fall wenn ich das Ganze natürlich dann auf Basis der Apply Regeln machen möchte in Singer 1 kenne ich oder aus Narios kenne ich de facto so dass ich sage okay ich habe meinen Host ich definiere meine Templates die quasi verwendet werden sollen das würde ich in Singer 1 de facto so machen dass ich halt Use Template 1 Beistrich Template 2 Template 3 sozusagen schreibe und und dann eigentlich nicht mehr weiß ich welche Reihenfolge meine Attribute überschrieben worden sind in Singer 2 schreibe ich sozusagen untereinander sag Import db server import mysql server weiß dann okay zum Beispiel den mysql port oder den datenbank port den ich einfach zum Beispiel mein check command dann entsprechend verwenden kann worum es mir eigentlich prinzipiell Beispiel ist das klassische wie definiere ich dann die Zuweisung zum Hostgruppenamen sozusagen den Service das heißt dieser Service der die mysql Gesundheit sozusagen überprüft soll jetzt einfach einmal auf alle Hosts in der mysql Hostgruppe quasi drauf appliziert werden das ist in Singer 1 oder Nagios nur mit diesen Object Tricks quasi möglich was direkt auf die Hostgruppe geht das heißt ich kann jetzt da nichts anderes angeben oder sagen bitte nur auf Custom Attribute oder sonst irgendwas sondern es ist tatsächlich nur auf den Hostgruppenamen gebunden und das Schöne ist ich kann es mit Singer 2 genauso bauen ich kann mir aber zusätzliche Dinge ausdenken ich kann sagen okay wenn ich auf der rechten Seite definiert habe gut ich habe im Ende 1 zu 1 den Play Regel die definiert worden ist und zusätzlich definiere ich okay ich möchte den nur in der Hostgruppe MySQL Server quasi drauf bauen und weil ich im Zug einer Migration feststelle okay meine MySQL Server befinden sich alle in dem Netz 192 168 7 irgendwas könnte ich das natürlich entsprechend dann einfach auf die Hostadresse drauf matchen das heißt die ganzen Objekte oder die ganzen Hosts die entsprechend in dem Subnetz quasi dann drinnen sind bekommen dann den MySQL Health Check und alle anderen bekommen den nicht beziehungsweise irgendwas anderes was ich de facto definiert habe und weil ich natürlich ein vorsichtiger Mensch bin oder einfach Wert auf Qualität lege habe bei allen Hosts die sozusagen keinen Gesundheitscheck brauchen definiere ich dann diesen No-Health Check sozusagen und setze dann entsprechend auf True das ist in dem auskommentierten Beispiel da sozusagen auf der rechten Seite definiert wenn ich das setzen würde dann würde dieser Host zum Beispiel keinen Gesundheitscheck also diesen Service nicht generiert bekommen das ist nur so ein Beispiel am Rande wie man das einfach wieder zusätzlich aufräumen kann und zusätzlich definieren kann das heißt alles was ich im Zuge einer Migration baue sollte man natürlich so bauen dass es entsprechend in Zukunft erweitern kann das ist jetzt ein komplexeres Beispiel also jeder der mit seinem Screenshot Tool gerade davor sitzt und das für die Nachwelt sichern möchte die Folien gibt es dann natürlich nachher in unserem Webinar Archiv prinzipiell darum das soll eigentlich skizzieren wie ich momentan in Isinga 1 oder Nagios Notifizierung baue das heißt auf der rechten Seite habe ich meinen Host definiert beziehungsweise meinen Kontakt der Kontakt definiert wie der Service notifiziert wird wie der Host notifiziert wird meistens nimmt man da eh nur ein Check Command es gibt aber die Möglichkeit dass man mehrere definiert was auch immer effektiv für einen Sinn hat aus meiner Praxis gibt es eigentlich nur einen Check Command und aus dem heraus sagt man natürlich dann dieser Kontakt ist Teil einer Kontakt Gruppe und die Kontakt Gruppe nimmt man dann als Notifizierung Kontakt beziehungsweise auch für Autorisierung in der Klassik wo es dann auf die Kontakte sozusagen hingeht ja und im Endeffekt schaut es dann entsprechend so aus wenn ich dann halt benutze zum Beispiel für SMS Notifizierung oder für irgendwas anderes anlegen wollen würde dann würde ich das normalerweise duplizieren und sagen naja in einem anderen Zustand wo es jetzt sozusagen nicht critical oder warning oder wie auch immer dann ist habe ich dann einfach zusätzliche Kontakte definiert zusätzliche Notifizierungen und das Ganze wird halt schnell relativ unleserlich also wenn man dann nach ein halben Jahr drauf schaut auf die Konfiguration wenn man es händig pflegt kann es durchaus passieren dass man einfach mehr Zeit braucht zum Einlesen das schwierige ist jetzt wie man das in die Singer 2 abbildet das heißt das ist schon ein relativer Block den man dann entsprechend umsetzen muss das heißt bevor ich jetzt zur nächsten Folge switche wo die Lösung des Problems schon drauf ist im Endeffekt geht es darum wie man identiert den Typen das heißt in dem Fall weiß ich es ist eine Notifizierung für diesen Service per Mail brauche ich eine Notifizierung für diesen Service dann habe ich für den Host genauso brauche eine zweite Notifizierung für den Host dann die Kontakte beziehungsweise die Kontaktgruppen werden bis auf diese Commands eigentlich eins zu eins auf User und User Gruppen gematcht und die Services und Hosts essentiell auch nur dass alles was eine Notifizierung betrifft dann natürlich in die Notifizierung und langer Rede kurzer Sinn das schaut jetzt ein bisschen magisch aus aber im Endeffekt sind es die besprochenen User und User Gruppen die man definiert hat im User wird ganz normal definiert User ich habe meine User Gruppe ich habe da drinnen meine States und meine Types States und Types sind im Endeffekt die Notification Options das muss ich entsprechend umrechnen um Dingsen im Kopf also es ist eine etwas längere Konfiguration aber ich kann sie auch lesen das heißt ich verstehe auch dass C Critical ist oder U Unknown oder sonstige Dinge und ich kann in den Types auch entsprechend filtern das heißt ich habe das so weit umgebaut dass ich gesagt hat naja mich interessiert Problem und Recovery das interessiert mich dann interessieren mich die Downtimes in allen Variationen und Flapping in allen Variationen das heißt wenn ich kurz zurückspringe habe ich bei den Service Notifications Options Critical Flapping Scheduled Downtime und Unknown das S ist Scheduled Downtime das muss man auch wissen und entsprechend so habe ich es eingetragen aber ich könnte natürlich hergehen und sagen naja eigentlich interessiert mich Downtime Removed gar nicht das ist eine neue Möglichkeit in Essinger 2 dass ich diese Typ Filter entsprechend noch weiter runter filtern kann aber das ist ein Detail am Rande die User Gruppen die Members werden genauso wieder mit dem S eingebaut wie ich es vorher schon bei den Host Gruppen gezeigt habe eins zu eins übernommen wie man sie quasi direkt übernehmen würde bis auf die Notification Attribute und dann geht es de facto wirklich ans Eingemacht was man sagt naja ich habe jetzt für den Service eine Mail Notifizierung gehabt also wenn man sich das wieder in Erinnerung ruft hier für den Service Notification die Mail Notifizierung weiß ich okay hier habe ich de facto eine neue Notifizierung zu schreiben mit dem Notification Command Notify Service per Mail was auch immer das dann im Hintergrund sich versteckt definiere die Notification Attribute vom Service die ohne ohne diesen Notification Präfix angegeben werden weil das eigentlich obsolet ist mit Interval Period dann wieder Types und States rausgefiltert und definiere die formalen Kontakt Gruppen jetzt in dem Fall User Groups die cg Admin und alle Attribute die ich vom vorigen Service sozusagen in die Notifizierung reinziehe das Ganze kann ich natürlich auch in der Template reinstecken das heißt wenn man das zu viel Tipparbeit ist dann knalle ich mir den kompletten Block sozusagen in der Template und verwende das einfach immer als Import und habe dann entsprechend kurze Notification Regeln definiert das was ich jetzt mit dem Assign mache ist nur ein Beispiel das heißt diese Regel zieht dann tatsächlich nur diesen Host mit diesem Service an ich könnte mir das aber natürlich wenn ich es dann schlau anlege entsprechend für alle anderen Hosts und Services die ich in meiner Umgebung dann drinnen habe entsprechend umbauen und sage dann diese Service Notifizierung betrifft jetzt dann alles was ein Check Command als definiert hat also man kann de facto auf also bei den Design Regeln auf alle Host und Service Attribute zugreifen beim Host ist es ähnlich da ändern sich dann die Types und States als Filter mit Problem und Recovery und Down und Up aber im Endeffekt ist es genau dasselbe der wesentliche Unterschied ist dass die Notifizierungsregeln einmal für Service Objekte generiert wird also dieses Apply Notification to Service und auf der anderen Seite Apply Notification to Host das ist etwas was man sich selbst mal mit einem Beispiel sozusagen vor Augen führen sollte beziehungsweise auch anhand von der Inventur die man gemacht hat einfach sagen okay für was muss ich jetzt de facto eine Notifizierung überhaupt raus schicken weil das Standardfall ist meistens der dass der Isinga Admin 5000 Mails bekommt und vielleicht kann man das auch entsprechend durch eine Notifizierungsregel dann einfach abbilden so wie es de facto auch in der Beispielkonfiguration von Isinga 2 dann drinnen ist was auch sicher hin und wieder zu Kopfzerbrechen führt sind halt die Abhängigkeiten die ich zum Beispiel für NAP-Ex definieren muss da geht es halt im Wesentlichen darum dass ich sage okay wenn der NAP-E Demon nicht läuft oder irgendein anderer Agent das muss jetzt ein NAP-E sein weil der ist ja bekanntlich unsicher wenn ich da de facto einfach sagen möchte gut für keine Checks mehr aus wenn einfach dieser NAP-Agent tot ist weil das da fährt ja das Ding sowieso ins Leere und das SLA-Reporting und sonstige Dinge sind halt einfach kaputt und der Host hat auch keine Freude wenn er immer wieder gepolt wird im Endeffekt in Isinga 1 oder in Agios würde ich das etwas komplizierter machen indem ich sage okay diese diese Dependency wird dann auf die Hostgruppe wo NAP-E-Server drinnen sind definiert nur auf den nur den Perlern quasi wo dieser Gesundheitscheck NAP-Health drinnen ist und darunter dann davon abhängig sozusagen alle Hosts in der Gruppe NAP-Servers und dann eine schöne Hoffzählung aller Services die man dann de facto definiert hat das kann lesbar sein muss man nicht so bauen es gibt andere Ansätze aber es ist auf jeden Fall für mich persönlich ist es nicht wirklich lesbar aber es geht am wesentlichen darum wie migriere ich den Spaß jetzt auf der rechten Seite habe ich schon ein Beispiel eingeführt wo ich sozusagen für den für den für den Host NAP-Server quasi die Variable Agent setze auf NAP das kann ja auf irgendeinen anderen Wert setzen wenn ich lustig bin aber im Endeffekt geht es halt darum dass diese Apply Regeln für den Gesundheitscheck und für den Disccheck als Beispiel sozusagen nur auf diesen Host dann drauf appliziert werden das ist etwas was in Sing 1 oder Nagelsnet geht aber das kennen wir schon das funktioniert nur mit Hostgruppen und Services aber im Endeffekt könnte ich das in Zuge der Migration genauso umbauen im Wesentlichen geht es darum dass die Dependency quasi die ich jetzt vom Parent Service des Gesundheitschecks von NAP quasi definiere möchte ich halt alle Services davon abhängig machen die auf diese bestimmten Regeln matchen in dem Fall ist es so dass mich eigentlich nicht die Host Gruppen die ich als Dummy in NARIOS eingeführt habe dafür verwenden möchte sondern mich interessiert dediziert das Check Command von Service wenn das NAP ist ich möchte verifizieren ob auf der anderen Seite sozusagen der Host den Agenten NAP benutzt und ich möchte sozusagen die Dependency nicht auf mich selber ausführen also nicht NAP von NAP weil das macht keinen Sinn das ist aber Singer 2 auch zur Laufzeit ignorieren also so ist es nicht im Endeffekt wenn diese Regel dann matcht dann knobelt sich die Apply Regel entsprechend die Parent und Childhost Namen raus also da muss man an dieser Stelle nichts machen und es funktioniert dann de facto auch die States also das State Filter sagt im Prinzip aus wann die Dependency in Ordnung ist also wenn der Status ok ist dann passiert nichts sonst ist quasi die Reachability kaputt und im Fehlerfall wird dann Checks und Notifications deaktiviert so könnte man es umbauen es gibt aber natürlich andere Möglichkeiten wie man das entsprechend migriert weil es durchaus so ist dass die Nages oder Essinger Instinct Dependencies durchaus komplex und schwierig sind und auch schwierig zu verstehen so dass es durchaus Sinn macht dass man sich da auch genauso wie bei den Notifizierungen einfach einmal möglich erstellt was de facto wirklich essentiell abhängig sind und die dann entsprechend auch neu baut das ist standardmäßig auf den Plugin Pfad gesetzt das heißt sieht man hier wunderschön in Essinger 2 wird man das Ganze entsprechend das Plugin definieren so da muss ich einen kurzen Spagat machen in Essinger 2 haben wir das Ganze in Kunst liegen und haben hier zum Beispiel Commands drinnen das war nicht gesucht sondern die Konstanten hier gibt es sozusagen die Konstante Plugin die das heißt wenn ich etwas migrieren möchte und sehe User 1 dann ist es de facto so dass ich die Konstante Plugin die anstattdessen verwenden wollen würde ich das wunderschöne Checkkommando einfach einmal klaue und dann einfach einmal noch Essinger 2 Wechsle nach Conf D und sagt Webinar von Conf und füge das einfach einmal ein und sagt naja das ist schön aber habe da jetzt meinen Kommentar Block das heißt die Singer 2 wird man das ignorieren so könnte ich jetzt hergehen und sagen naja ich kopiere mir jetzt einfach mal meine Singer 1 und alles Konfiguration da rein und überlege anhand von dem was ich da habe wie würde ich das jetzt in Singer 2 bauen das heißt ich habe Checkkommand das ist eine Neuerung sage ok das ist Local Disk weiß ich ja durch das Checkkommand dass das eigentlich ein Check ist und gut dadurch dass ich jetzt die Möglichkeit habe in einem Checkkommand Objekt Default Werte zu setzen kann ich da drinnen ganz normal als mit VARS zum Beispiel User 1 definieren weil ich weiß ja das User 1 Makro brauche ich das ist zwar ultra hässlich aber so dass es funktioniert kann ich sagen ok ich weise ihm einfach die Pluggear Konstante zu das heißt die Magie die im Hintergrund passiert ist dass sich das Ding automatisch dann ausliest ok die konstante User Lib Nagios Plugins wird diesem User 1 Attribut zugewiesen das heißt ich könnte jetzt eigentlich die Command Line 1 2 1 übernehmen und sagen naja ich verwende das da drinnen fehlt aber de facto Not das erste was ich machen muss ich muss Isinger 2 sagen dass es das Check Plugin auf der Platte ausführt das heißt dafür gibt es Plugin Check das Template was sozusagen von Isinger 2 mitgeliefert wird da muss ich keine Gedanken über das ganze Ding machen im Endeffekt würde das so aussehen dass er die Methods Execute auf Plugin Check Tasks setzen würde aber das ist eigentlich zu technisch das heißt es ist eigentlich besser man schreibt Import Plugin Check Command oder definiert ein globales Template was das dann entsprechend importiert und muss man um das keine Gedanken machen der Hintergrund ist der dass ich mir die Singer 2 das Ganze auch im Speicher ausführen könnte aber da gibt es momentan nur ein schmales Subset an Embedded Checks Gesundheits Checks und so weiter und so fort so jetzt haben wir natürlich das Problem dass ich dass dieser Service also beziehungsweise dieses Check Command mit den Argumenten aufgerufen wird das heißt ich habe da jetzt beim Check Disk habe ich einen Warning Threshold einen Critical und P ist die Partition genau das heißt an dieser Stelle muss ich mir entsprechend überlegen möchte ich jetzt sozusagen Default-Werte definieren für diese Argumente das kann natürlich jetzt im Zuge der Migration das ist wirklich nur Migration einfach dahingeheckt ich sage jetzt okay Warning war es jetzt eigentlich auch nicht auswendig aber sagen wir okay 80% oder müssen wir dann auch an der Hilfe noch schauen von dem schönen Plugin Warning und dann Critical ist halt 90% genau und die Partition ist oder das Device je nachdem sagen wir okay wir wollen halt Home überprüfen dann könnte ich das natürlich entsprechend so schreiben schön ist es natürlich nicht und eigentlich würde ich ja sagen okay ich naja ich würde gerne die Command Argumente verwenden und ich würde oft das ganze mit dem ganzen Spaß mit dem Plugin Deal sparen das heißt ich nehme das entsprechend dann auch raus und sage naja okay am erster Instanz naja gut dann schmeißen wir quasi das User 1 Makro raus weil wir haben ja die globale Konstante bauen uns quasi einen wunderschönen String mit der Konstante aber das kann ich in die Sänger 2 so tun und dann würde mich eigentlich generell interessieren dass ich da Argumente dazu baue das heißt die Argumente definiere ich einmal grundsätzlich so dass ich habe dann Key Value Pairs das wurde nicht geplant ich habe da minus W dem würde ich sozusagen dann Value geben und minus C und in dem Fall minus P wobei minus P muss ich eigentlich nicht setzen das heißt da kann ich mir überlegen Local Disk dass ich da jetzt zum Beispiel einen Default Wert definiere das würde in dem Fall so machen dass ich mir ein Attribut einführe was ich jetzt dann entsprechend auf einem bestimmten Wert dann setze dann sage okay in dem Fall nenne ich das so Home das da unten brauche ich de Faktor nimmer gut dann haben wir das entsprechend auf Home gesetzt und die ganzen anderen Werte würde ich dann auch entsprechend analog so definieren so habe ich nämlich die Möglichkeit dass ich die einerseits als Default Werte setzen kann auf der anderen Seite kann ich sie dann direkt im Service überschreiben das heißt ich kann sie entsprechend setzen und sagen spezifisch für diesen Service den ich erzeuge setze ich dann die gibt diese ARC1 ARC2 ARC3 es gibt sprechende Attribute und ich muss mir entsprechend überlegen welche Default Werte nehme ich und will ich sie de facto dann überschreiben das Ganze kann ich auch für Host Attribute das ist nicht die Problematik dahinter Problematik ist eher dass man es richtig schreibt ich kann da natürlich auch ganz kurze Namen jetzt verwenden aber ich will sie eigentlich übersichtlich und lesbar haben und ich möchte auch genau wissen wo die Attribute dann oder die Argumente dann de facto herkommen das heißt ich definiere es dann entsprechend in dem Fall setze ich warning auf 80% und critical auf irgendeinen anderen Wert und dann muss ich nur verifizieren ob das dann tatsächlich also funktioniert ok ein Kollege sagt mir gerade dass ich richtig geraten habe bei den Argumenten richtig damit arbeitet was man irgendwas auch nicht machen im Ende ja genau jetzt wird es eigentlich schon fast in schön umgebaut was jetzt natürlich auch noch machen könnte schauen wir mal was ist in der Zeit de facto zu zu meiner konflik sagt da ist ich irgendwas falsch oder es ist nichts falsch ok schauen wir mal wo das webinar überhaupt geladen hat doch er hat es geladen ok das heißt er sagt zu mir er frisst das ist übrigens auch eine neuerung in der 2 1 0 ersucht automatisch die etc isinger 2 isinger 2 konflik das heißt man kann die konflik einfach nur so validieren ich könnte es natürlich auch entsprechend langschreiben und sagen naja ich gebe dir eine isinger 2 konflik und dann validierst du das ganze entsprechend also das ist eigentlich sehr charmant und wenn jetzt sagt naja ich habe mir jetzt ein check command objekt angelegt ich würde gerne das Ding mir anzeigen dann kann ich das entsprechend mit diesem schönen list object ding machen und ich habe es jetzt bewusst in less mit farben hineingebaut weil das hat der Gunnar genialerweise so eingebaut dass das dann auch schön in bunt ist wir haben jetzt local disk definiert genau und da sieht man auch schon ok ich habe das plugin check command eingebunden das kommt ursprünglich aus der ITL aus usershare isinger 2 include aus der command conf das bitte nicht editieren das wird beim upgrade immer wieder überschrieben das kommt nativ von isinger 2 mit das heißt eigene commands in etc isinger 2 pflegen die mitgelieferten wenn sie tatsächlich fehlen halten upstream als patch einliefern das wird dann entsprechend eingebaut ja was ich dann tatsächlich da drinnen sehe gut ich habe die variablen ich modifiziere sie nur einmal an dieser stelle und dann entsprechend die argumente die definiert sind das command ist user lib plugin disk gut passt das hat sich automatisch aus der plug-in der konstante und dem check disk zusammen gebaut das heißt ich sehe zwei weise jetzt gut der michi wollte ein local disk check command definieren so und weil das ganze natürlich eigentlich keinen sinn macht wenn man das sozusagen nur so hin baut sagen wir jetzt ok ich baue jetzt einfach mal einen host den nenne ich nicht local host sondern einfach webinar in den importiere ich mir den generic host weil er fauler mensch bin und da drinnen das check command definiert ist das ding ist auf local host drauf und recht für mehr brauche ich da auch nicht und dann baue ich mir einen service da bräuchte ich jetzt eigentlich keine regel dafür aber im endeffekt machen das so import gen service das sind einfach check intervall und so weiter vor definiert dann sage ich check command gleich local disk was ich nicht vertippen würde und da hätte ich jetzt genauso die möglichkeit wieder oben zu definieren naja standardmäßig interessiert mich die partition eigentlich nicht und ich sage naja ich überschreibe das jetzt einfach und sage naja in dem fall interessiert mich halt keine Ahnung war disk und das ganze war man hat disk war und das ist mir eigentlich zu dem zeitpunkt wurscht und da will eigentlich nur bei 5 und 1 prozent sein so genau und dann sage nur assign where match oder sagen wir nicht nur in dem voll hostname gleich webinar und keine Ahnung ignore where was man das sagt sagt host war also not is qua gleich so das heißt wenn ich da jetzt nämlich setzen würde not is qua gleich q dann würde das sozusagen wieder mal den service da nicht drauf bauen aber das ist eigentlich nur zu dem zweck kennen so wenn jetzt alles richtig macht dann funktioniert es ja es funktioniert das heißt ich kann jetzt mit einem wunderschönen ist sagen dass das bitte die konfiguration einläs soll der reload funktioniert das ist auch ein unterschied zu is in a s das blockiert auch nicht sondern da läuft das monitoring weiter parallel wird der prozess gespawnt wird konfigualisiert und wenn alles ok ist dann wird das einfach übernommen und man muss nicht irgendwie so ausfall zeit von einer halben minuten oder fünf minuten oder 20 minuten für den reload einkalkulieren sondern man ist de facto eins zu eins im betrieb was mich interessiert ist wenn ich jetzt diesen wunderschönen ach schau an ich schade hat services und weil ich alles richtig gemacht habe denke ich zumindest okay das minus p hat nicht funktioniert also na gut dann schauen ob das eigentlich gut aus könnte es jetzt neu checken lassen ich könnte natürlich auch wunderschön check intervall gleich eine sekunde und das reprie intervall auch das wird zwar jetzt nirgendwo kaputt gehen weil irgendwie die disk nicht entsprechend hoch setzen kann das wäre wahrscheinlich für load check besser aber dann haben wir nur für die schulung nächste wochen vorbereitet also nicht jetzt naja achso ja das problem mit konfiguration live übernehmen das ist ein großes aber dadurch dass der reload eigentlich in 0,x funktioniert ist es verschmerzbar wenn man das entsprechend machen muss so die web oberfläche kommt es natürlich nicht nach mit dem aktualisieren des letzten checks weil das einfach zu schnell ist aber im endeffekt wird der sehr oft ausgeführt so als kleine ergänzung kann man noch sagen man sieht es nämlich dass er eine sekunde nämlich offset hat zwischen letzter check und nächster check da kann man sehr gut sehen dass das web interface nicht hinterher kommt so als ergänzung noch ja da da wird mir zwar der kollege gelb umbringen dafür dass ich das gesagt habe aber im endeffekt ist glaube ich der refresh 10 sekunden oder so das schöne dran ist diesen sekunden check kann man jetzt für cluster gesundheits checks oder isinger checks einfach machen weil das einfach im speicher ausgeführt wird da wird kein shell runter geforkt oder irgendwie system ressourcen zusätzlich belastet sondern dann macht es de facto dann auch sinn ich habe jetzt da bewusst das neue isinger web 2 was noch in der entwicklung ist gezeigt weil es eigentlich de facto für demo zwecke und test diplomas wunderbar funktioniert man kann das ganze aber natürlich auch in der classic UI sich anschauen eigentlich genauso aktiviert ist also ich verfügung steht verwendet und hab da einfach ein single mit installiert diese ganzen oberflächen sind vorinstalliert kann sie jeder anschauen hier habe ich diesen schönen check dann wieder und im web sollte ich das auch entsprechend haben haben wir haben es dieses mal funktioniert die demo so ja und das ist im endeffekt schon sehr viel was ich herzeigen wollte bezüglich der migration das wäre jetzt eigentlich der zeitpunkt um fragen oder sonst wo weiter gehen würden wo ich jetzt einfach einmal an den kollegen übergebe ja entschuldigung ich sehe gerade beim mikrofon aus gibt es denn noch fragen von teilnehmerseite die wir jetzt beantworten können die jetzt vielleicht spannend wären was natürlich vielleicht für die meist interessiert mich auch michi schalt doch mal den so wie du es gemacht hast mit dem was no disk check also die partition nicht probier es doch mal dass wir gleich sehen ob das funktioniert bisschen druck aufbauen hier so sozusagen ich soll jetzt beweisen dass ich nicht nur chat reden kann sondern auch dass das funktioniert sehr gut naja dann schauen wir mal ob ich einen scharf da zett habe oder nicht und in der zwischenzeit haben natürlich die teilnehmer noch die möglichkeit fragen zu stellen die wir dann im nachgang gerne beantworten na gut dann schauen wir mal was passiert ist das ist naja so jetzt ist der service verschwunden zumindest in diesem wunderschönen webinterface in dem fall sagt das eh schon dass er den service nicht gefunden hat in der übersicht glaubt das noch immer aber jetzt nimmer also es hat gestimmt es hat sogar on the fly funktioniert also mein gehirn ist gut drauf ich hoffe dass das bei jedem anderen dann genauso funktionieren wird ja wir stehen dann auch gerne mit rat und tat zur seite wenn es zu solchen migrationsfragen kommen sollte okay wir haben auch schon eine frage die richtung konf geht und zwar ich lese mal vor elconf weiterentwicklung hinsichtlich dynamischer konfig geplant beziehungsweise inwieweit kann man über die weboberfläche konfigurieren das kann ich gleich sagen also wer den elconf kennt das webfrontend sieht für das isinger 2 dann genauso so aus das heißt man hat wirklich die die namen das handling wie im isinger 1 und wie das der miche vorhin schon gesagt hat er baut letztlich dann einfach aus den attributen die im elconf gesetzt werden dann diese isinger 2 konfiguration zusammen aber dieses ganze handling mit ignore assign apply etc das kann der elconf de facto so nicht das heißt wenn man dieses feature nutzen möchte so wie es der miche jetzt gemacht hat ist es aktuell so dass man es über die kommandozeile machen muss sprich über die konfigurations files weil das kann der elconf so nicht weil er diese dieses handling einfach so nicht hat wenn die frage beantwortet ist bitte einfach kurz eine info dann schreiben das würde mir dann reichen beziehungsweise wenn der michi dann noch einen einwand dazu hat dann gerne ansonsten die nächste frage wie werden jetzt event händler eingebaut ich höre nicht kann man michi hören hallo ah jetzt kann man dich hören ok jetzt das ist ja eine qualitätssoftware im endeffekt event händler sind event commands das heißt ich definiere mir ein das kann man ja gleich mal kurz machen schauen wir mal da kurz rein und sagen naja ich habe jetzt das check command und sage ich habe event command äh keks das importiert äh plug-in event command gibt es auch quasi äh was schönes und dann sage ich im command mache halt whatever bin echo die double quotes muss übrigens escapen weil das natürlich sonst nicht erkannt wird ich könnte da jetzt natürlich was schönes machen und sage naja ähm das sind sie nicht so sondern ich setze mir umgebungsvariablen das mache ich nicht ja zwar nicht einfach so und schalt es an und es funktioniert sondern ich sage selektiv naja welche umgebungsvariable möchte ich jetzt de facto setzen das heißt im standardfall von der migration ist es so dass die plugins ordinarios underscore irgendwas haben wollen keine ahnung ähm ah stimmt bin schon wieder danke Christian an der magische drüberschau mysqlhost und kann dann darin sagen naja das ich möchte die variable mysqlhost dafür verwenden das ist jetzt nur ein Beispiel also das wird hundertprozentig nicht funktionieren aber im endeffekt geht es darum wenn ich bei dem service service das event command keks definiere dann wird es so ausgeführt wäre denn so es funktioniert also der config parser ach so der config parser sagt mir ups dann mal kurz rettung das sieht man jetzt nicht schön aber im endeffekt wir haben ein farbiges terminal das heißt wir bekommen die warnung okay diese playregel teamings wenn wir es ja vorher geändert haben das heißt kommentieren wir das wieder aus dann zieht das ganze es vordereinsprechend durch diesen schönen eventhändler wie triggern wir den jetzt am besten schauen wir mal ach so ups ich sollte nicht nur verifizieren sondern auch gleichzeitig ein reload machen ich mache das das isinger 2 minus c bewusst auf der shell weil der systemd der jetzt in rett 7 beziehungsweise fedora 20 drinnen ist und auch zukünftig in anderen distributionen diese check config action nicht mehr kann das heißt in isinger 2 ist es dann einfach binary minus groß c als validierung und mit dem systemd halt entsprechend arbeiten die demobox ist atentos 6 die hat noch kein systemd so ähm da steht jetzt enable eventhändler vor das service das sollte aber automatisch einen eventhändler haben normalerweise triggert man ja eventhändler mit ähm passiven checks die irgendwas anders ergeben aber im wesentlichen ist es so wie man das macht das heißt man definiert speziell ein event command ich kann da alle magischen tricks anwenden die auch für check commands gehen also argumente umgebungsvariablen defaultwerte also ich kann im prinzip den eventhändler den ich den ich kompliziert mit sehr vielen übergabeparametern oder umgebungsvariablen definiert habe sehr generisch wieder umbauen und muss das dann entsprechend beim service definieren wenn er definiert ist sind eventhändler dann auch aktiv und eventhändler wird bei jedem statechange dann ausgeführt und dann kann man sehen hat die server starten oder irgendwas anderes machen so okay es gibt noch noch eine frage zum zum lconf und zwar gibt es für lconf eine automatische was gibt es für eine lconf basierte konfiguration eine automatische migration ja also es ist wirklich so ich definiere mir im lconf letztlich einfach nur dass er nicht mehr die isinger1 konfig schreibt sondern die isinger2 konfig das mache ich über die über eine einstellung im lconf auf der auf der kommandozeile im parameter selbst dass er praktisch einen anderen exporter verwendet muss hier auf die neueste version updaten auf die 142 ist glaube ich die aktuellste wenn ich das im kopf habe ich weiß nicht auswendig und dann kann er automatisch die konfiguration für isinger2 exportieren das heißt ich muss nicht mehr groß was ändern sondern der lconf kann das dann out of the box in der neuesten version also da würde ich auch wirklich dann die neueste version dafür dann einsetzen und genau die konfiguration über den lconf da war nochmal eine frage ich mache jetzt erstmal die lconf fragen dann weg dass die alle beantwortet sind da ist es so dass man über den lconf ganz normal auch mit issinger 2 das ganze mit den vererbungslogiken wie man es mit issinger 1 machen kann genauso nutzen kann das heißt der lconf baut halt genauso wie es bei issinger 1 gemacht hat ein issinger 2 konfig nach den parametern die man im webfrontend setzen kann die halt dann eben versucht werden auf das neue issinger 2 format einfach zu konvertieren das heißt ich habe ganz normal meine konfiguration wie ich sie mit issinger 1 dann auch hätte ohne jetzt irgendwelche besonderheiten die jetzt eben das issinger 2 format mitbietet weil de facto kann das lconf nicht die nächste frage ist dann die in den kommandodefinitionen definierten variablen sind standardwerte die durch service beziehungsweise host variablen gleichen namens überschrieben werden können man hört mich jetzt wieder ok was der mich sagen wollte ja das funktioniert jetzt geht's schön das ist ja das ist noch aus dem video rutschenen im endeffekt ja das geht alles die die abfolge wie commands beziehungsweise argumente und makros dann evaluiert werden das haben wir auch in der dokumentation beschrieben aber ich habe zum beispiel die möglichkeit dass ich von einem host die adresse am service nochmal überschreiben kann wenn ich spezielle adresse überwachen sondern irgendwas anderes dann könnte ich das auch über magische play regeln dann auch entsprechend überschreiben das heißt ich sollte mich durchaus bei der migration mit den play regeln auseinandersetzen weil das einfach so mächtig ist dass ich eigentlich nicht mehr missen möchte so okay dann haben wir die nächste frage wo werden hosts und services gecached es gibt das problem dass nach einer migration ich habe das problem nach einer migration dass ich einen host den ich nicht mehr überprüfen möchte aus der konfig raus genommen habe aber der mir im isinga web immer noch angezeigt wird das ist hundertprozentiger software problem also mit den aktuellen versionen von isinga web 11 beziehungsweise isinga 2 202 beziehungsweise 210 ist ja die aktuelle wenn man die verwendet dann tritt das problem nicht auf vorige versionen da fängt an ubuntu glaube ich haben nur 1.10 oder so drauf und da gibt es einen bug der genau das verhalten verursacht aber das tritt in den aktuellen versionen nicht auf das heißt upgraden und bitte reproduzieren wenn es immer noch auftritt bug report aufmachen so wunderbar dann haben wir eine weitere frage hört man mich eigentlich okay dann haben wir noch eine weitere frage und zwar wie kann man abgesetzte worker zum beispiel girmen einbinden das habe ich vorhin eigentlich schon bezüglich des clusters erwähnt also das GIMMEN protokoll wird nicht unterstützt ich definiere mir eine cluster instanz das heißt eine zone dmz1 bio immer und sagt dann entsprechend dort läuft ein checker das ist eine vollwertige isinger 2 instanz das heißt wenn die verbindung wegbricht wird das lokal mit gecached das heißt die ganzen checkergebnisse sind nicht verloren und wenn die verbindung wieder zum master oder zur master zone dann der fraktor wieder aufgebaut wird dann wird das repliziert oder die historischen daten dann entsprechend zurücksynchronisiert und man hat auch keine ausfall fälle im reporting in den grafen und sonstigen dingen dann drinnen das heißt im endeffekt so kann ich es machen da wird es dann auch ein webinar im oktober zu dem thema nume also cluster hoch verfügbarkeit remote worker checker satelliten und sonstiges gibt es aber natürlich in der dokumentation entsprechend erklärt wie man das baut okay wunderbar gibt es dann noch weitere fragen weil aktuell wenn ich das hier sehe sind wir jetzt von fragenseite her zumindest durch gibt es noch irgendwas was wir beantworten können ansonsten bietet sich natürlich an gerade das thema clustering was wir jetzt gerade besprochen hatten gibt es natürlich auch ein webinar dazu wo es rund darum geht wie funktioniert der cluster was kann der cluster dann alles und zwar ist das dann aber ein webinar das erst im oktober stattfinden wird das nächste webinar ist dann am 25. september mit dem kollegen marcus zusammen da geht es dann erstmal darum wie man jetzt die graphing lösung graphite integriert sprich über den tcp socket wie das dann ausschaut und im oktober dann mit dem michi zusammen dann das thema integrierte hochverfügbarkeit also sprich was kann der cluster genau wie funktioniert der cluster wie synchronisiert er sich etc. das sind dann da noch Themen um darauf hinzuweisen ansonsten würden wenn keine fragen mehr sind eine frage haben wir noch und zwar kann man einen nagius 3.6 als satellit benutzen wenn man schrittweise auf isinger 2 wechseln möchte es dauert ein bisschen bis ich das mikro initialisiert aber ich glaube vom feedback von den teilnehmern geht das telefon ok bloß das voiceover ip hängt glaube ich teilweise aber jetzt müsste man schön genau jetzt höre eine schleife nagius 3.6 ich glaube das gibt es als release score nicht aber wahrscheinlich ist damit 3.0 6 oder so irgendwie gemein man kann das ganze so anbinden indem man den nscr oder nscr ng quasi schon drinnen im system laufen hat und man lässt das einfach in die external command type oder ins checkresult spool der dann reinschreiben das ist genau die Möglichkeit die beschrieben gehabt mit diesem checkresult spool audio reader wo ich möchte den master sozusagen versetzen und meine satelliten dann entsprechend anbinden sei das jetzt über irgendeine Möglichkeit wie ich die checkresults von diesen satelliten bekommen kann weil recht viel mehr kann ich von standard nagius oder isinger eigentlich nicht bekommen weil das Ding keine Replikation drinnen hat oder command oder context verteilung okay ist die frage damit beantwortet beziehungsweise gibt es weitere fragen ansonsten würde ich mich natürlich für die rege teilnahme bedanken wie gesagt die webinare von also die webinar folien das video das werde ich alles im laufe der woche auf jeden fall online stellen damit man sich im nachgang noch mal anschauen kann damit man auch die präsentation hat wir werden natürlich noch weitere webinare dann machen die wir über unseren blog twitter facebook etc dann auch wieder weit verbreiten werden und ja dann recht herzlichen danke an alle teilnehmer und dann vielleicht auf der monitoring konferenz beziehungsweise dann einen schönen tag auf jeden fall tschüss tschüss r tschüss 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 Vielen Dank.